Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Kinderkleider, die toll aussehen und auch etwas vertragen mögen, offeriert Ihnen jetzt grob besonders günstig. Vom modischen Sweatshirt aus einer komfortablen Gewätmischung bis zu den strapazierfähigen und gefütterten Jeans. Für die Kleinsten kommen Sie in der bewährten Textalqualität Jeans über, Sweatshirts und dazu die passenden Jacken. Und das ist eine Neuheit beim Coop Trateur. Frische Ravioli und Tortelloni mit einer feinen Fleischfüllung. Nur die besten Zutaten werden für die neuen Frischteigwaren verarbeitet. Sie sind innerhalb von drei Minuten parat und Sie können sie mit einem bisschen Yanken, mit einer Tomatensauce oder auch über Backen servieren. Da kann ich Ihnen eigentlich nur noch einen guten wünschen. Achtet Sie jetzt aber noch auf die Aktionen, die gerade kommen. Ich möchte mich jetzt schon von Ihnen verabschieden. Zum Anfangen die aktuelle Preisschlager. In allen Coop-Tuit-Yourself-Läden gibt es jetzt die Kabelrollen mit 25 Meter Kabel und drei Steckdosen für nur 28 Franken. In allen Coop-Centern gibt es jetzt Jerseyfix-Betttücher, 100% Baumwullen in verschiedenen Grössen, zum Beispiel 90 mal 1,90 Meter, nur 16 Franken. Bis zum nächsten Dienstag gibt es bei Coop alle Midi-Fertig-Salate im Beutel jetzt 30 Kabel günstiger, mild gesalzenen Hinterschinken per 100 Gramm 1,75, ein Liter Pepsi-Cola jetzt nur 75 Kabel, sterilisierter Kaffeerahm 2 Deziliter nur 1,15 und 5 Deziliter nur 2,40. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag zwei Beutel an 500 Gramm 3 Minuten Hörnli, Gala nur 2,90 oder ausländische Nektarinen per Kilo nur 1,80. Auf Wiedersehen!